Wir sind jetzt alle zwei Nummer 1 und mir die schönste Information. Wir wollen hier ein bisschen gestern, wir brauchen ein paar Minuten. Noch wohl. Kommt Sie! Wir sind mit dem Schussfeld. Was ist denn? Die Grünen! Jawohl, Nehmi! Schau vor! Lieber Schwerpunktmaße der Freunde, denn es ist auch der Anspruch! Schleich drüben! Und los geht's! Wir wollen damit feiern einmal! Mit dem Musikverein, der Musikkabel, Oma Eisern machen die neue Bahner Spiele! Nummer 3! Ebenfalls klar, der Musikverein, vorhin hängen! Dann als nächstes, der Musikverein, der Musikverein, Haslach, der Heimorgangspieler! Vielen Dank! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Wir wollen damit feiern einmal! 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 Dann kommt zum Milotal! Der Musikverein Dettinger, die er hat mit Martin Bern und Spiel! Vielen Dank! Wir wollen damit feiern einmal! Ein Mauer! Hallo! Armee Musikverein, von Martin Bern und Spielanen! Gottfenni! Dann kommt zum Musikverein, Mühlhausen! Als nächstes, der Musikverein Eberhard Guell! Dann haben wir den Musikverein Eberhard Guell! Mühlhausen! Herr Wennmbol", sechszehn achei, der Musikverein Eberhard Guell! Musik Dann kommen wir zum Musikverein Thirst Paul Guell! So, wir warten ein bisschen schnell, warten wir noch kurz. Dann nutzen wir gerade den Schlagzeug-Sono. Und wir wollen alle Dankeschön zum klagen, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung? Super, wir wollen uns reinkommieren. Fahren wir weiter mit dem Musikverein Ober-Essent-Lauf. Einfach fliegen, hallo, an die Musikverein uns nicht machen. Jetzt kommen wir noch in die Musikverein alle nach. Jetzt kommen wir zur Musikkabelle Wiegelbach. Wie ist die Stimmung? Ja, wir wollen uns reinkommieren. Wie ist die Stimmung? Ja! Und wir wollen ein bisschen reinkommieren. Aber wir wollen ein bisschen reinkommieren. Aber eine kleine Lücke, aber es macht auch nichts. Wir wissen die Stimmung! Wir wissen die Stimmung! Jetzt kommen wir zur Musikruhe rein, zur Harmonie und der Stratzer. Angel Musikverein aus Freunden! Jetzt kommt der Musikverein Orgelshausen! Hallo, Angel Musikverein aus Brauers! Jetzt kommen wir zum Musikverein Rheinstetten! Jetzt kommen wir zum Musikverein Rheinstetten! Am nächsten, der Musikverein hier auf der Mitte! Danke auch für die Musikverein Rinschleut! Einfach wieder so an die Musikverein Schlauwer! Und die Musikverein Stadlöcke! Einfach wieder so an die Musikverein Schlauwer! Und dann kommt die Musikverein Ellbange! Der Musikverein Gerberloth! Auf die Gekommer! Und dann kommt die Fahnenabordnung vom Musikverein Elbisglauwer! Einfach wieder so an die Musikverein aus die Gekommer! Dann kommt die Musikverein Schlauwerwer! Und dann kommt die Musikverein Olinge! 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 Und dann kommt die Musikverein Wolfsburg! Dann kommt die Musikverein Wolfsburg! Und dann kommt die Musikverein Olinge! Hallo, Anna und ich drei auch auf Wiesland! Dann aber der Musikverein Wintlerschleller Stadt! Hallo, Anna und ich drei auch auf Wiesland! Und dann kommen wir zur Musikverein Attingen! Als nächstes der Musikverein Otto! Dann kommen wir zur Musikverein Attaweilo! Hallo, Anna und ich drei auch auf Wiesland! Und der Musikverein Wintlerschleller Stadt! Hallo, Anna und ich drei auch auf Wiesland! Und dann kommen wir zur Musikverein Wintlerschleller Stadt! Und dann kommen wir zur Musikverein auf Wiesland! Als nächstes der Musikverein Otto! Und jetzt eine riesen Freude mit den Hintergrund von Freude! Und dann kommen wir zum nächsten Jahr der Musikverein Wirtlinge! Als nächstes die Mahl im Musikverein auf Wiesland! Und dann kommen wir zur Musikverein Wirtlinge! Als nächstes die Mahl im Musikverein auf Wiesland! als nächstes der 252. Und dann auch noch eine Liebe zur Musikverein Wirtlinge! Als nächstes die Mahl im Musikverein summht! Und dann kommen wir zur Musikverein, BIOBLABAR! Und jetzt kommen wir zu der Fahne. Und jetzt kommt unser letzter Fahne, die Musikverein, Fahne von Hochdauf! Vielen Dank für das 100 Mal, Syphil! Ja, jetzt geht nicht gerade links und rechts, rechts am Auto, oder? Wie das ist denn da noch? Doch lieber rechts am Auto! Machen wir ruhig, dass es gleich sein! Was für eine freundliche Musik zusammen erleben! Wunderbar! Glauben Sie! Für die KNJT, die Lernjugendung, die Lernjugendung, die Lernung und der Rundauf! Und vom Arm und Hochdauf! Dankeschön! Musik 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 Wir halten wohl auf der Liste, die Fanfare-Züge nicht aufkennen, weil die alle in Wittenlofer sind. Nochmal der hoffentliches Freifall für die Fanfare-Züge des Landkreises Bivra. Ich weiß es jetzt alle hinaus, wenn ich danke schön, dass alle da waren, mein Superbild. Und jetzt mal der Falle nach Haus. Freisung frei, das ist die Tüge verbringt. Deine junge Junge und jene, dann würde die Begleitung. Und jetzt haben wir hier ein Ruh. Und dann ist es gut, dass ich schon wieder. Dankeschön. Diesen Rant! 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 Diesen Rant!